Es ist im Grunde ganz einfach. Das O in OER steht für Offenheit, nicht für mehr, nicht für weniger. Wir entschlüsseln in diesem OER-Erklärt-Video den geheimnisvollen Aufbau der CC-Lizenzen. Hier kommen 10 Dinge, die häufig mit OER gleichgesetzt werden, aber spätestens beim zweiten Blick weder hinreichende, noch exklusive Merkmale von OER sind. Siebtens, das O steht nicht für Auffindbarkeit. Diese Figuren hier sollen uns beim Erklären helfen. Aber Vorsicht, bei diesem Video drohen Verknotungen und Verrenkungen im Gehirn. Würde der Film offen und frei sein, dürfte ich das alles. Und mit dem Schild gehe ich jetzt los zur großen Pro-OER-Demo. Tschüss! Das O-OER-Demo